So, und dann noch der letzte Upsnit. Kommt dann schon der Tower? Nein, ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt kommt, ich glaube, ja. Das sind, glaube ich, erstmal noch die Dicken auch am Start. Ja, hinterher kommt er schon. Wir haben auch beides nicht gut getimt. Ich meine, da ist so ein Fedder-Kleriker-Heinz. Die Kleriker-Heinz. Ja. Und der stirbt nicht durch das Drahtneuer direkt. Nee. Hm. Das ist erst vier Spieler. Das ist am Ende. Das ist am Ende. Ja, zum Stipp zum König, hast recht. Lauf! Lauf! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Ich glaube, ich sterbe jetzt. Ja, ich... Ich bin fest. Hm. Hm. Ich schmoll jetzt. Schmoll doch nicht! Ich hab Hunger. So ein bisschen. Du nicht? Bislang nicht. Nicht! Nein. Das Torhaus, wo da in der Tower Knight drin ist, ist nicht zu fett, aber... Aus Schon mal ein Kraut Ja, das ist natürlich die Stichwaffe Ja Richtig, ich kann das Ich kann das ja auch noch dieser Dommelte da Die haben ja gesehen, die nicht so schwer sind, aber Geschossen wird Oder flambiert Oder frittiert Super wie die Fermentiert Hüppchen Hüppchen Den durch den Das ist doch nicht schön Ich hätte auf jeden Fall noch ein Kraut fressen sollen Und oben wird auch noch geschossen So Kannst du die killen ohne den Ritter zu? So Nimm das Wir rennen der weg Noch so treffern Sehr gut Sehr gut Oh, dachte ich hätte noch den Dolch in der anderen wollte Uiui Aus reiner Gewohnheit So Da ist noch so ein Kollege Reiner So Da ist glaube ich noch ein Einnehmen bei den Treffen Ja Ja, das stimmt Ich glaube sogar nur das hier? Ne, ne? Ich glaube schon Ist doch gut So Ja, Shortcut ist hier nicht, ne? Ne Ich sterbe jetzt eh, ich schaff das nicht Ich schaff das nicht Was ist da? Na hier oben Ach, da sind ich glaube die rum Ach, da sind ich glaube die rum Ne? Ich glaube nicht Da ist doch noch was, solche Belage Kannst du da oben fahren? Leider nicht Ich weiß, es sieht sehr stark danach aus, aber Ja, wahrscheinlich wegen Ist nicht Ne, ich war nie oben bei den Bei den Spannungen Ja So viel Loot Und so viel Heilzeug, ey Ja Oh, angesehen Und dann noch mehr Goal Kannst du die Loot Oh Shit, das war gerade Naja Äh, ja der eine ist irgendwie gegen Gift Der andere gegen Blue Ne, ich sehe nicht, dass das hier gleich klappt Wir werden sehen Ich werde überhaupt nicht angetrunken, du Zug Zug gar nicht Leider ruhig Haha Könnte auch mit Energy schwierig werden Energy mit 5% Alkohol Oh So Na die haben doch einen Trocken Wenn du den besiegst Ohne die Bomenschützen zu machen Ja? Hm Was sagst du mir jetzt? Boah, das ist zu zünnchen Ne, aber Ne, aber Shit Ist aber nicht gut Das ist ja auch blöd, dass ich selbst doppel Wie auch immer wir es nur nennen wollen Ähm Mit der Waffe in beiden Händen vereint Um mich wieder irgendwelche Dinge zu sagen Ähm Dass wir den Nicht onehitten Sondern die nur runter Droppen Das ist schlecht Aber echt? Ohne die O- Ohne die O- O- Schützen Äh Ambrust Schützen umzubringen Aber dann bist du doch da unten ständig Ist ja Ist ja mal Ja Ja, dann halt noch die Geschichte mit der ... 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 Die geht echt, finde ich Ich weiß, aber da ist die Trophy, dass ... ... Das geht sogar Recht einfach Ja, den kann man tatsächlich noch kennen ... ... ja, den kann man ja bestimmt ... Aber ich glaube die Trophy, die habe ich trotzdem nicht Wobei hier ... veure, wow Das ist halt ein bisschen ... ... ... Was? Die Bumke drunter. Ja. Das ist halt ein bisschen müß. Na. Verschnecken. Doch. Da hab ich drauf. Acht. Acht. Acht Schaden. Ja. Ja, wir machen halt super wenig und... Acht Schaden. Ich versuch diesmal auf den Kopf zu gehen. Falls du dich noch erinnerst. Achso, du hast ihn mir über einen Schritt gestochen. Also vom Gefühl her war das effektiv. Acht Schaden. Naja. Ist doch nicht so wild. Das ist so prophetisch. Ja, aber... Wir müssen ja ihn nicht killen, indem wir die Fersen... ... immer angreißen. Meinst du, er fällt nach einer gewissen Anzahl an Hits? Oder was? Ja, okay. Kann natürlich sein, dass das auch... ... mit dem Schaden... ... stabiliert, aber... Weiß ich nicht. Hm. Wo ist er denn? Da kommt er. ... ... ... ... ... ... ... Ja wahrscheinlich machen wir es uns auch echt schwer mit dem Dolch. Wir haben halt da auch nichts richtig geiles ne? Naja für Dex-30 nicht, ja. Dafür kann man schon mal stehen bleiben. Achso meinst du mit einfach durchlaufen? Ja. Jawoll. Ja warum auch nicht? Warum nicht? Oh ja hallo. Und sonst? Ich weiß nicht mehr. Achso hier. Ja in schweren und leichten. Aber du machst das zwar leicht oder was? Das sieht schon geil aus. Ja. 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 Da bist du drauf vorbei gestratzt worden Sie sind gleich die Treppe runter Ich werde nicht immer nur die guten Dinger verbrauchen Das ist Vernünftig Da oben sind sie Der ärgert mich gerade So jetzt müssen wir die SP anschalten Vielleicht anschalten Das ist ja Das dauert schon durch Da war Vielleicht wird es so Wieder hoch um die Ecke Oder mal zum Alles weggeschickt Er kippt Er kippt Er kippt Er kippt Er kippt Den will ich jetzt Oh ja Guck Nein 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 Das geht auch nicht Du machst es sehr gut Du machst es sehr gut Ja es hat ein Geduldsspiel Und wenn man den Dann Ja Ey komm Das ist aber jetzt an Schäbigkeit nicht zu überbieten Komm her Komm her Ähm Ich sehe nichts Er dreht sich Und haut natürlich genau in die Richtung Die ich renne Ohne ihn zu sehen Ja Die Überlegung wäre Ob man zum Säbel wechselt Für diesen Kampf Für diesen Kampf wäre vielleicht gar keine schlechte Idee Der ist glaube ich auch Ne Mit Dexterity Ja Kann sein dass wir noch einen Stärkepunkt oder so brauchen Aber Ich glaube der hat Also Als du ihm da In seinen Kopf gestochert hast Da lief das schon wieder ganz gut Also das hat okay abgezogen Ja Ja das dauert halt zu lange So das Ding hier glaube ich Oh ne Können wir sogar tragen Und macht auch Bluten Aber das bringt gegen ihn glaube ich nicht viel Ihr habt ein Herz ausgereiht Ja unsere Rüstung ist halt auch Müll ne Also die sieht fett aus Aber die hat halt weniger Werte Als diese zerrissene Lumpen Zeug Das ist ja eh mein Lieblingsstart war für hier das Ding Ja ich weiß Ähm Aber jetzt habe ich gar nicht geguckt ob das Achso können wir aber immer noch Ja ja also wir haben die Werte Macht aber weniger Schaden 96 der Dolch 87 Der Säbel Ach ne der hat es auf R2 okay Kannste einfach mal testen Ich kann ja im Kampf wechseln Ich würde ihn tatsächlich trotzdem erstmal dabei belasten Auch einfach wegen Reichweite Weißt du Ja Dass du die Storm-Attacken irgendwie besser behalten kannst Ach ne Das hast du gut gemacht Ja aber den habe ich bei mir für das 3 gelegt Ja aber da warst du Ich war glaube ich ein Rapier plus 3 oder plus 4 Na und ein Zauberer warst du Ich habe gegen den nicht gezaubert Achso Du hattest schon ein Rapier? Ach meine Startwaffe deswegen habe ich die Klasse ergenommen Ah ja ja stimmt Ich weiß gar nicht The Noble Oh Wo Achso du warst noch am Mård Ich war noch am Rumspacken Jetzt noch im Modus Jetzt ein bisschen was merke ich jetzt Wenn ich jetzt schon noch hier Ja jetzt steue ich meine Stecke hier Hm Ja gut, war jetzt... war jetzt sehr beeindruckend. Nee, aber... Hast du nicht gesehen, ne? Ich hab nicht hingewohnt. Ja, sehr gut. Du machst jetzt die Gegend. Na, weil... Gut, dass wir 40 davon gebraucht haben gefühlt. Die brauchen wir. Weißt du, woran das liegt? Welchen Schiessen haben? Achso. Was? 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 Ne, wir fehlen. Außer, dass... Ich träg erst nicht. Ja! Ähm... Der Mangel an... Pasta mit Soße und... 4 zu 5 Gäse. Der dafür sorgt... Ich krieg dein Schild. Wo wusstest du das? Da war ich die gleiche Scheiße an. Aber halt alle. Ja, wir müssen das Ding ja nicht mit einem Dolch durchspielen. Nee. Ein Dolch als Parierding zu haben. Auf der anderen Seite sogar ein Katana oder... Ja, ja. Sehr gut. Also, ja, ich glaube auch, also durch dieses... Beim Dolchbleiben machen wir das schon schwer. Aber... Ja, wir sollten dann... Also... Ich bin der Mangel. Ich bin der Mangel. Genau da. Oh, da ist der Mangel drauf. Es tut mir leid, dass ich deine... Deine fleißig... Erfarmten Kräuter hier wegfresse. Du meinst, äh... Ich muss das jetzt verkaufen. Bei der Kräuter. Ja. Genau die. Ja. Ich vergiebe dir. Okay. Geil. Ja, diese Kiste. Die Kiste muss leiden. Jetzt hast du nicht mehr diesen Durchrollangriff. Ja. Aber eigentlich hat die Waffe auch eins, dachte ich. Da. Ja, dazu. Da ist er. Bam! Aber oh, Dolch ist weniger, ne? Also der Durch macht durch diese Backstab-Geschichten und die Paragraphen viel mehr Schaden. Wollte grad sagen. Dafür sind die ja auch. Da. Also Dolch wird schon so eine Bereicherung haben. Aber für'n Boss vielleicht jetzt nicht so gut. Ja. Den du nicht parieren oder Backstabst. Ja. Weißt du eigentlich, ob man den, den, ähm, König am Ende... Den müsstest du eigentlich... Weg... Max. Den müsstest du eigentlich parieren können. Du warst ja ein Mensch, oder? Der, der trab da in aller Seelen. Der hätte schwere Gruß. Ja. Nicht mal die Hälfte. Ja. Haha. Schieß doch. Er wartet. Das war aber auch schon wieder knappelig. Schön. Schling. So. Ja, bringt das denn nun was hiermit? Oder wird es weniger Schaden sein? Ich weiß nicht. Ich pass nicht so richtig auf. Man kann ja mal gucken, was es am Ende... Acht haben wir doch gemacht, oder? Acht. Das wird ja wohl zu überbieten sein. Ja, und vor allem hast du eine etwas größere Reichweite. Ich hab's gerade noch nicht vergessen. Aber eigentlich ist es zu sein. Bin ich sicher. Oh, 2.100 Minuten. Das wird der Vorteil, aber ein paar Mal sterben. Jetzt muss ich aufstoßen. Das geht. Dival mir koszt. Ja, ich warte j nyt. Ehhh. Ihr wart noch sehr eben. Drei péren 타��GH. Bööööööleri. Ab und für seinen Weg zurück zu rechts. Was ist das? Come on dude Ja Na der Feuer Dämon Ah wo auch die Stage teilweise so eklig war Die Stage ist super eklig ja Also gerade als Magier ist ja echt scheiße Sieht so schön aus So Das ist nicht euer Ernst Dann sind wir mit dem Dorch gar nicht so scheiße Wir sind aber ganz gesamt scheiße Der Dorch ist ja immer ein zweimal ausgewertet und macht genau einen Schaden Stimmt Naja aber wieso also allein dieses Diese ganze Backstab Geschichte das macht schon mal so aus Ja das wird schon mal so aus Wenn wir es nutzen Und du parierst super ich backstabbe häufig Glaub ich Ich bin einfach Ja weil ich genau richtig Jetzt nicht Jetzt hockst du bestimmt Du solltest rennen bitch Entschuldigung Ausdruck Ach 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 so noch los hier ist Was rennt sie denn nicht Das war doch Also das war doch definitiv außerhalb der Reichweite Ja 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 Deswegen habe ich immerhin ohne Die Person Ja temptation Ja, das ist alles. Aaaaaaah! Da liegen natürlich nicht in Tausend. Ob ich den mich gekehren? Also, nee. Ich muss noch beide Seiten machen, oder? Hm. Jaaaa! Den Weg und dann jedes Mal die Bogenstützen weg. Was? Kurz spiel. Warte, ach du! Ich denke, keine Ahnung, eine Reichweite, oder? Warte, ich mache echt einen Stich, ne? Jaaaa! Jaaaa! So blass! Na ja, gut! Die Blatt! Die Blatt! Die Wohlenung ist noch ein Zubein! Mutig! Was ist das? Ja, es macht Sinn, dass hier die Attacker sind. Man kann mal nicht zu sehen bleiben, aber... Tot! Das ist vielleicht wie bei mir. Ja, keine Ahnung, es ist halt einfach immer so wenig Schaden. ... Also entweder... Dolch auf... ...werten... ... ...oder das Giamatta... ...oder wie auch immer es heißt. ...aufwerten. ich würde es noch einmal versuchen mit dem hier in der hoffnung dass ich mit einer besseren reichweite und einem schwung vielleicht noch ein paar hits mehr lande und vielleicht auch weil nur einmal zu stechen und dann gleich wieder abhauen ist das dauert ja ewig mit dem anderen dolch wäre das auch nicht so mit dem dolch wo sie so wäre das ja weil sie macht halt hier mit dem mit diesen rakieren ich glaube es ist auch so gedacht dass du in einer hand den einen oder anderen trainierende euch hast und nicht in beiden denselben und dann kannst du nämlich aussuchen ob du so ein move machst oder nicht ich glaube das kann ich mir vorstellen dass das war schon wieder richtig kacke so im schritt leuchtet es noch ja direkt ja 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 Der ist hier wieder zwischen den Beinen hindurchge- Jaha Lass mich in Ruhe Wenn man überall geht Wenn man überall geht Wenn man überall spielt Päuschen Na Ja So ist das